Guten Tag, Freunde und willkommen vom Bahnhof Norddeich Mole. Ich bin im Karnevalszeug entflohen und vertreibe heute meinen Tag im Regenwetter in Norddeich Mole. Hier sind wir gleich ein einfahrener Regionalzug, der anschließend nach Hannover weiterfährt. Ich bin nicht ganz allein hier, meine Tochter ist mitgekommen. Wir packen gleich unsere Sachen und hauen sie aus dem Wetter wieder ab. Bis wieder nach Hause. Ich bin nicht ganz allein. Ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Und ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Tschüss!